Für Kendall Jenner ist es derzeit wohl nicht leicht, denn nach dem fragwürdigen Pepsi-Werbespot bricht ein riesiger Shitstorm über die 21-Jährige und den Getränkekonzern herein. Doch allem Anschein nach hat das Model in A$AP Rocky eine starke Schulter zum Anlehnen gefunden. Schließlich kursieren seit Monaten Gerüchte um eine Romanze zwischen den beiden. Jetzt zeigen sie sich turtelnd in London. Ist ihre Beziehung damit offiziell? Ein Insider berichtet nun der britischen Zeitung The Sun. Kendall und A$AP Rocky haben in der Royal Albert Hall kein Geheimnis aus ihrer Verliebtheit gemacht. Es wurden sehr viele Zärtlichkeiten ausgetauscht. Das Blatt berichtet, dass man das Paar vergangenen Sommer das erste Mal zusammengesehen habe, mit anschließenden gemeinsamen Partybesuchen. Kennengelernt haben sie sich vermutlich schon viel früher. Eine Aufnahme vom Jänner 2016 zeigt Kendall und den Rapper Backstage bei Kanye Wests Fashion Show auf der New Yorker Fashion Week. Wir sind gespannt, wie es mit den zwei Hotties weitergeht.